Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 30 von Towns und das in der zweiten Staffel. So, letztes Mal hatten wir zwei Kämpfe hier oben am Rande und hier war ein Händler. Das haben wir alles bedient, läuft alles. Hier die Kämpfe waren da beendet, das hat ja auch erfolgreich geklappt. Ich glaube der andere war hier oben irgendwo weiter. Gut, dann sind wir da auch einen Schritt weiter im Endeffekt. Jetzt ist nur die Frage, wie geht es weiter voran im Endeffekt. Das ist ja schwierig. Gehen wir mal einmal unten gucken, wie weit ist denn hier eigentlich? Bis dahin war jetzt einer und weiter auch noch nicht. Da sind aber keine wohl mehr dran. Okay. Jetzt ist die Frage, ob wir da weiter unten was machen oder erstmal nicht. Hier fehlen noch lauter Laternen, die müssten gemacht werden. Särge sind schon vorhanden und weitere Plätze sind auch noch frei. Hier ist alles prima. Hier oben fehlen auch noch Laternen. Ja, da könnte man noch eine Stelle abbauen. Machen wir die nochmal gerade. Oh, ein bisschen viel. Ein Held ist gerade gekommen. Sonst ist hier kein, da ist es noch Gestein. Den könnte ich noch weg machen. Die anderen müssen wir hier alle schön lassen, sonst haben wir Wassereinbruch. Gut, hier nochmal drauf. Und die alle weg, den weg und den auch weg. Dann haben wir das abgebaut. Das muss bleiben und mit keinem Wasser reinkommt, das auch. Das auch. Hier ist alles gut. Hier unten ist noch mehr zum Abbauen. Da müssen wir uns dann überlegen, wo zuerst. Also erstmal denke ich mal hier die vier weg. Und ich hoffe, es ist die Vermutung da auch alles weg. Und da ist auch noch einer. Hier können wir auch noch weitermachen. Genauso wie hier gegenüber den einen weg. Passt. Ja. Da müssen wir dann überlegen, was wir da machen. Da kann man nämlich nachher durch. Hier an der Ecke ist auch noch einer. Das ist hier auch noch wegzumachen. Das geht, glaub. Und das geht auch noch. Den müssen wir, glaub, lassen. So, dann können die da alle Steine wegpacken. Das ist kein Ding. Gucken wir mal wieder oben. Hier gibt es ganz viel Obst. Das nehmen wir doch erstmal mit. Oh, ein Zweiteil ist auch gekommen. Guck an. So, wie sieht es denn mit Happiness dann aus? 23, nicht so dolle. Hier wird schön die Decke weitergemacht. Das ist auch gut. Wie sieht es hier aus mit Essen? Da sind sechs Boote drin. Oh, irgendwo ist einer gestorben. Aber wo? Wahrscheinlich hier oben, oder was? Das ist aber jetzt doof, ne? Wo ist das gewesen? Da. Ist da einer unten rausgekommen? Oder warum ist der gestorben? Gute Frage, ne? Schade drum. Das war nur 32 anstatt 34. Das weiß ich. Tja. Nichts tolles. So, Obst wird da abgemacht. Hier ist es noch ab. Hier können wir es so weit erst lassen. Hier geht es ein bisschen voran. So, einer muss hier hin. Einer da hin. Das heißt, wir müssen da unten ein... Ja, das ist sogar schon markiert. Das müsste also gehen. Und hier müsste auch eine Treppe drauf, ne? Tja. Warten wir es erst ab, was da passiert. Frosch im Hals. Da sind zwei Stühle, zwei Hosen und ein Held. Die zwei Buchsen sind eigentlich über. Ja, Happiness ist wieder ganz unten, ne? Kein Mensch weiß warum. So, ein Held ist da dran. Der zweite, keine Ahnung, wo der schläft. Ah, hier haben wir schon mal eine Decke angefangen. Sollten wir vielleicht mal weiter voranschreiten, dass das irgendwie wird, oder? So, machen sie dann auch, oder haben die Möglichkeit, das zu machen. So. Ah, guck, hier ist einer schon weitergelaufen und der hat wahrscheinlich damit hochgezogen einen. Ach, da ist ein Held dran, ne? Guck. So, gut. Da kommt der zweite Held. Ah, jetzt werden wir hier unten mehr entdecken, ne? Gut, auch kaputt. Hm, dann geht mal da weitersuchen. Hier unten ist Ende, alles klar. Hm. Ja, geht denn da einer weiter? Ja, und dann gibt es auch einen Kampf. Und der zweite kommt zur Hilfe, das ist doch auch schön. Der nächste Raum. Da ist ein grüner, ne, ein lilaner Schleim. Aber die Männer können werden da auch ganz schnell kaputt gemacht. Oh, er ist verletzt und geht weg, oder wie sehe ich das? Vermutlich. Und in so einer Aktion ist es dann, dass er da oben rausgeht und einer von unseren Leuten stirbt. Sollte hier jetzt aber nicht das Problem sein. Na, da ist eine Spinne in der Ecke. Aber der zweite Held kommt und wird die Spinne gleich an sich nehmen, denke ich mal. Na, kaputt. Keine Ahnung, eine Faust oder was da bei ihm über den Kopf blinkt, sieht so aus, ne? Wahrscheinlich ist er gerade kräftig gehypt. Ja, geh doch mal da rein, genau. Ja, super. Gut, dann nicht mehr. Was ist mit dem hier eigentlich? Ja, wir brauchen Kohle. Immer noch Kohle, das ist es. Und ich buddel einfach hier mal den Eisenanteil ab. Die bauen da Steine. Die Decke hier. Auch schön. Hier passiert gerade nicht so viel. Gehen wir mal und bauen noch ein bisschen Holz. Gut, passt erstmal. Da hat sich noch nichts getan. Auch gut. Gut, dann gehen wir gerade nochmal unten und gucken, ob da was passiert ist. Nö. Und hier auch noch nicht. Kann das sein, das spielen. Er ist nicht in Pause. Zwei Helden gehen da runter. Der eine ist ein Brot. Da wäre es vielleicht mit einer Lagerhaltung vielleicht nicht schlecht, ne? Geht das da hin? Ja. Gut. Läuft. Oh, da oben geht's rund. Da geschafft. Schafft er noch was. Geht er weiter vor. Ah, der nächste Raum. Oh, der hat sich gerade einen geholt. Äh, nicht nur einen, sondern reichlich. Das ist nicht gut. Den ganzen Raum hat er geholt. Okay, da oben hat er es geschafft. Und der andere hat diesen Raum... Ah. Das ist zu meinen. Ah, hier unten. Ich brauche die Kohle. Oh, wir hatten weitere Leute da hochgeholt. Okay. Ich glaube, der Held ist platt. Haben wir schon den nächsten. Okay, das sieht gerade nicht aus. Wird von zwei Seiten angegriffen. Und jetzt geht er schlafen. Das ist ja krass, oder? Einen hat er jetzt kaputt gemacht. Und ich schaffe auch den zweiten und überlebt das. Ja, hat er aber. Okay. Ja, und da sind noch zwei Monster mehr. Und der drei. Da ist ja auch noch der Lila in der Gelropfen. So, der Held. Rennt in seinem Zimmer da rum. Berlingsinstitute gibt es wohl gerade nicht. Jetzt könnte es... Na, geht er wieder zurück. Okay. Geht das? Ne, ist vorbeigelaufen. Okay. Ja. Wahrscheinlich mal unten den Helden jetzt drinnen. Nein, noch nicht mal. Da kommt der Held wieder. Läuft aber vorbei. So, diesmal klappt es aber. Zwei Mann drauf, auch gut. Oh, zu dritt jetzt sogar und der ist kaputt. Hm, wo die anderen beiden sind, weiß ich nicht. Also, das ist auch nicht schlimm. Hier fehlt es noch. Hier ist auch noch ein Stein fehlend. Oh, es wird irgendwo abgebaut. Aha. Klappt gut. Da geht einer hoch. Oder auch zwei. Keine Ahnung, was sie machen. Hier geht es nicht voran. Der ist fertig. Dann würde ich sagen, machen wir da noch eine Stein rein. Wohl, können wir ganz zu machen, bis auf, ja, da an der Tür. Lassen wir es mal weglassen, sonst fällt der wieder runter, ne? Machen wir es mal so. Und da muss eine Tür rein. So, drei Türen gesetzt und fertig. Gut, dann muss das alles gebaut werden. Und dann geht es weiter. Aber, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.